Hallo, viele von euch möchten ja bestimmt anonym im Internet unterwegs sein und benutzt dafür verschiedene Methoden. Eine davon ist ja der Proxy-Server und ihr denkt, ja, also ich trage hier den Proxy-Server ein in meinem Betriebssystem und dann kann keiner meine IP sehen. Richtig? Falsch. Wenn man einen Proxy-Server einrichtet, wie es überall empfohlen wird, also die Konfiguration, wie sie überall empfohlen wird, ist man nicht sicher. Man muss dazu noch viel mehr tun, damit ein Proxy wirklich sicher funktioniert. Aber jetzt alles mal der Reihe nach. Wir wollen jetzt hier einmal mit dem PC hier anonym im Internet sein. Also schauen wir erst einmal, wie unsere aktuelle IP-Adresse ist, also die nicht-anonyme. Und diese ist in dem Fall diese IP-Adresse hier. Und ja, ich muss zugeben, das ist nicht meine echte IP-Adresse. Ich bin schon über ein VPN im Internet, weil mir meine Privatsphäre auch sehr wichtig ist und nicht jeder hier auf YouTube gleich meine IP-Adresse sehen sollte. Also wir nehmen jetzt mal an, das ist meine normale externe IP-Adresse und ich möchte diese mit einem Proxy verschleiern. So, da ich jetzt über keinen Proxy-Account verfüge und mich nicht in illegale Gefilde begeben möchte und offene Proxy-Server im Internet suchen will, werde ich stellvertretend für einen normalen Proxy-Server einfach Tor benutzen und werde das als Proxy-Server für meinen Browser einstellen. Okay, also werde ich in die Einstellungen gehen, also in die Proxy-Einstellungen gehen hier und den Proxy-Server für meine aktuelle Internetverbindung einrichten, was ja in diesem Fall eine VPN-Verbindung ist. Und ich werde hier den Proxy-Server eintragen. Der ist schon mal voreingetragen und wenn ich das alles bestätige, wird meine IP-Adresse verschleiert sein. Start kurz, Tor ist nicht das schnellste, beziehungsweise ja, wird schon schneller mit der Zeit, aber da ich die Verbindung jetzt gerade aufgebaut habe, dauert das ein bisschen. Ja, okay. Und wie ihr seht, ist meine externe IP-Adresse verschleiert. Ich bin jetzt hier in den USA online und denke, juhu, keiner kann sehen, wie meine echte IP-Adresse ist. Richtig? Also wenn ihr jetzt soweit denkt, dann würde ich euch stark davon abraten, irgendwie ein Proxy zu benutzen. Weil mit dieser Annahme, dass man jetzt anonym surfen kann, ist man wirklich meilenweit in der Wüste. Und ja, ich zeige euch gleich, warum. Denn es gibt nicht nur ein oder zwei Methoden, um die IP-Adresse ausfindig zu machen von einem, der ein Proxy benutzt, sondern es gibt eine ganze Handvoll Methoden. Und das Metasploit-Framework beziehungsweise die Hersteller des Metasploit-Frameworks haben sich da ein paar Gedanken dazu gemacht und eine Test-Homepage aufgesetzt, wo man diese ganzen Methoden durchtesten kann, um zu schauen, ob man beim Einrichten eines Proxys richtig scheiße gebaut hat. Ja, okay. Also gehen wir jetzt hier auf die Homepage decloak.net und wie auch hier schon gesehen, ist unsere normale IP-Adresse, also die Box, die IP-Adresse, über die wir in Internet sind, diese hier. Und wollen jetzt mal schauen, ob die Homepage in der Lage ist, unsere echte IP-Adresse herauszufinden. Ich kann gleich sagen, ja, sie ist es. Okay, klicken wir auf Starttest. Und ihr seht schon, jetzt werden hier einige kleine Tricks benutzt, um unsere IP-Adresse ausfindig zu machen. Ich gehe darauf jetzt später noch mal genauer ein, wobei ich jetzt auch nicht allzu technisch werden will, aber ich werde so die gängigen Methoden mal kurz anreißen. Also das dauert jetzt hier so bis zu 30 Sekunden. Und danach sollten wir das Ergebnis sehen, ob wir wirklich anonym im Internet unterwegs sind. So, jetzt lädt die Ergebnisseite und unsere normale, also mit normalen Methoden erkennbare externe IP-Adresse ist weiterhin diese hier. Aber wenn wir jetzt hier runter scrollen, sehen wir, aha, Moment, hier ist eine andere IP-Adresse. Und das ist zufällig genau die, die wir hatten, bevor wir den Proxy benutzt haben. Ja, wie kann denn das sein? Ja, das liegt in diesem Fall daran, dass dem Flash-Plugin scheißegal ist, was man im Proxy mal einstellt. Der Flash lädt dann eine Seite nach oder irgendeinen Inhalt nach und übermittelt dabei unsere wirkliche IP-Adresse. Ja, scheiße gelaufen. Daher eine der Sachen, die man beachten sollte, wenn man einen Proxy nutzt, Flash deaktivieren. Und wie ihr jetzt sehen werdet, hier sind auch einige andere Plugins aufgeführt. Der Test hat zwar fehlgeschlagen hier, aber diese Plugins sind ebenfalls dazu geeignet, die eigentliche IP ausfindig zu machen. Und daher generell alle Plugins, die im Browser laufen, müssen auf irgendeine Weise deaktiviert werden, wenn man einen Proxy-Server benutzt. Da dort immer die Gefahr besteht, dass die IP-Adresse auswendig gemacht wird. Ja, und dann gibt es noch die andere Methode über den DNS-Server. Die ist jetzt hier fehlgeschlagen. Und zwar ist es so, dass wenn ihr einen Proxy-Server einrichtet, also in dem Fall betrifft die Lücke hauptsächlich Sox-Proxy-Server, die in manchen Sox-Versionen die DNS-Abfrage weiterhin über die normale Internetverbindung machen. Und darüber kann auch die richtige IP ausfindig gemacht werden, indem eine bestimmte DNS-Anfrage abgesendet wird. Und mit einem manipulierten oder speziell dafür programmierten DNS-Server wird diese abgefangen und so die IP-Adresse quasi übersetzt, also die Proxy zu der echten IP-Adresse. Also würde ich euch sehr stark empfehlen, wenn ihr euch technisch nicht so arg auskennt, beziehungsweise wenn euch das Video jetzt überrascht, dann seid ihr schon betroffen von dem Problem, weil ihr nicht daran gedacht habt. Und dann würde ich euch empfehlen, nehmt keine Proxys, benutzt einen VPN-Account. Wobei auch bei VPN-Accounts gibt es eine mehr oder weniger große Lücke zur Zeit. Auf die werde ich mal in einem späteren Video eingehen. Aber ja, wie bereits gesagt, entweder ihr richtet euren Browser richtig ein oder ihr lasst das mit Proxys. Es gibt jetzt zum Beispiel für Tor, gibt es den Tor-Button für den Firefox-Browser. Und dieser deaktiviert von sich aus schon Flash-Plugins und andere Plugins und stellt daher eine gute Lösung dar. Aber ich würde auch nicht darauf vertrauen, dass der jetzt an alle Methoden denkt, mit denen man eine IP ausfindig machen kann. Und es gibt auch noch eine weitere Methode, welche es voraussetzt, dass Tor-Exit-Notes, also die Ausgangsknoten, mit denen man dann wirklich ins Internet connectet, dass diese manipuliert werden und man dann auch an IP-Adressen kommt. Aber da möchte ich jetzt nicht weiter darauf eingehen. Das ist ein bisschen Kompli verzwickt. Ja, okay. Nehmt das mal ganz normal als Warnung und bis zum nächsten Mal. Tschüss.